Servus kreuzi und hallo. Wieder eine Folge Manuel verliert das Spiel. Und ja. Warum haben wir das mit zwei Kernreaktoren-Teilgeräte? Hallo. Ja, der ist auch da. Ja, der ist auch da. Ja, das ist einfach die Map. Ich habe keinen gebaut. Das weiß ich nicht. Weißt du nicht warum, aber ich auch wusste. Du bist ein kleiner, mieser Scheisser oder so. Okay, das bin ich gern. Äh. Entschuldigung. Schön. Entschuldigung. Weißt du, dass ich meistens vergiss, was mir dann bei deinen Videos wieder auffällt, dass ich, wo sie vergessen habe. Wo ist denn? Äh. Ich schaue oft nicht mehr bei meinen Material-Technologie-Gerät-Teilen noch. Mhm. Also vergiss die einfach oft. Ja, gut. Was ist jetzt? Außer dem, dass... Dass du es nicht unbedingt brauchst, gar nicht so schlimm. Ja. Aber so eine zusätzliche... Munitions-Wachtwehr-Teilgerät-Beiberei. Das ist ja nicht verkehrt. Ja, verkehrt ist es nicht. Aber es ist jetzt auch kein Muss nicht. Ja, nicht da. Ja. Ich erspann schon wie das Seile, die Serie von der Weiden schau. Das tut auch nix. Ich tue auch gleich einmal mit. Danke für die Erinnerung. Ja. Jetzt haut uns alles ab. Mhm. Hallo. Und das jetzt? Keine Ahnung wo der hingegangen ist. Aber ja, passt. Au. Holt das am... Au. Ja, nee. Ist klar, ne. Ich hab wirklich keine Ahnung wo der hingegangen ist. Ja, ist das jetzt schlimm oder nicht? Nein. Freu dich doch einfach, wenn du nicht weißt wo er hingegangen ist. Also hat er nicht so viel Schaden gemacht, dass er es bemerkt hättest. Mja. Ja. Ist nicht so. Ist nicht so. Ist nicht so. Ist nicht so. Ja. Ja bitte. Was machen sie für Sachen? Was machen Sachen? Was machen Sachen? Da da da. Ein weisse Heroin-Glo-Bobby. Legt schon seit Stunden vor mir. Ja, da steht er dir. Scheißen. Warte eigentlich drauf, dass ich Material bau, die er vor mir dir von gewinnt. So. Und ein Bärchen. Und sonst? Eine Frau und Kinder auch, ist klar. Ja, Freule. Was für Kinder? Stimmt eigentlich. Kinder nicht vorhanden. Damit... Kinder? Wir zwei? Niemals. Ja. Wir zwei auch noch Kinder für die Familie. Weißt. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. Japp. Tü-tü-tü-tü-tü-tü. x WHAT? WHAT THE FU- Was machen Sachen, habe ich mir gerade gedacht. Das denke ich mir ja gerade. Weil ich gerade wieder überhaupt keinen Dunst habe, was ich überhaupt tun soll. Aua. Das tut ein bisschen. Oh Gott. Das tut gut so. Okay. Und was machst du sonst heute noch so? I don't know. Oh Gott. Muss ich noch ein wenig in ein Gespräch verwickeln, ansonsten kriege ich nur sauber auf die Schnauze. Ach, wir kommen jetzt erst auf das. Was? Ich muss sagen, ich traue da nicht oder so. Hm. Da hat ich jetzt persönlich auch nicht wirklich so war. Ich nicht auch, gell? Ja, das tut doch nicht weh oder so. Nein. Verhaupt nicht. Nein. Hast du nicht, dass du auf dich kommst? Ich weiß nicht. Ja. Hast du mehr von daheim? Manuel? Ja. Du hast was vorbeigeflogen. Ist nicht so schlimm. Okay. Manuel. 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 Ja. Manuel, du hast auch was eingeflogen. Du meinst wirklich? Ja. Ja. Aber da oben habe ich keine Waffen. Das ist mir wurscht. Okay. Ich hätte so eine Gurke mit. Ja. Du kannst dich aufbauen. Wenn September enden. Na ja. Gut. Was warst du dann mit mir? Ich hoffe wir spät. Was? Das ist doch nicht der Ernst. Ja, ich bin fertig. Ich hab nix mehr. Ja wie? Ich hab nix. Hä? Ehrlich? Ich hab nix. Nichts mehr forschen. Ich hab aktuell keine Waffe. Ich hab jetzt. Nein, ich kann nix tun. Ja und? Bau ein. Ja, ich kann nix tun. Ja, was für Waffen soll ich deinen Bauern die ganze Zeit reparieren? Ich weiß ja nicht. Ja genau. Komisch da war aber nicht. Komisch da war aber Waffen. Nein, ich hab gar nicht. Das war ein Generator. Ein Generator. Das war so ein komischer Reparaturgenerator da, den du nie baust. Oh Gott, nein die baue ich wirklich nicht. Ja, mehr war's nicht. Das war das ganze Kunstwerk. Mehr hab ich nicht. Mhm. Ach ja, ich hab sogar noch das falsche Holz gebaut. Ach, halt auch trotzdem. Jaaaa. Jaaaa. Ich weiß nicht, was er hat. Ach. Jaa, ich hab nur noch nichts in meinem Grund herausgeholen. wär das. Ich kann nicht gerneismus ohne Probleme租ieren. Hier desto strö und der. Armeida kommt hier rein? Oh ja, ist das so? Ach. Es kann nur besser werden, das ist der Himmel auf werden. Das ist nicht optimal, sagt er, während die da ums Überleben kämpfen, als ich überhaupt etwas zusammenbaut bekomme. Das ist nicht optimal. Es gibt mehr Sachen, die nicht optimal werden. Hm? Schon irgendwie. Ja, tut sich da wegen der Glanigkeiten. Schon irgendwie. Wahrscheinlich passt die Fluktuation nicht. Oder sowas. Was? Wahrscheinlich produziert er dreizweig Strom und es passt ihm jetzt nicht. Jetzt wird er umeinander doktiert. Genau. Ja, weißt du was. Geh halt einfach heim zu meiner Mama. Dann sag ich einen schönen Gruß von mir. Ich komme nicht mehr zum Essen. Okay. Hallo. Hallo. Was? Ich bin ein Drevenger. 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 Alles ist gut, solange du wild bist. Nummer 1 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 Nummer 1